Was meint ihr wohl, was wir in der Hand haben? Da kommen jetzt gleich ganz langsam bunte Blüten raus. Ja, so schöne Blüten habt ihr. Jetzt dürft ihr das rausholen, dass man zieht. Und wenn ich eure Farbe aufrufe, dann dürft ihr es hochwerfen und selber wieder fangen. Aber nur die. Eins, zwei, drei, rosa. Eins, zwei, drei, grün. Eins, zwei, drei, rot. Eins, zwei, drei, türkis. Eins, zwei, drei, orange. Jetzt rufe ich zwei auf. Eins, zwei, drei, orange und türkis. Eins, zwei, drei, rosa und grün. Eins, zwei, drei, rosa und rot. Eins, zwei, drei, türkis und grün. Gut, und das könnte man natürlich als Spiel machen, sodass auf drei immer welche werfen und die anderen das fangen. Was ist das? Und das ist das? Das ist das. Das ist das. Vielen Dank.